Links erwischen, Dame davor holen. Das ist der normale Mittschritt. Wäre das ein drüber, tap, davor, zwei, tap. Das ist der normale. Und der unnormale ist, wenn wir drüber greifen, die Dame nicht links erwischen, sondern rechts, drüber, tap, rechts erwischen, die Dame trotzdem links davor holt, unter dem rechten Arm ungewöhnlicherweise, davor, zwei, tap, unten zugreifen, schon sind wir in der Kreuzverwaltung. Jetzt drehen wir die Dame rechts herum, rechts herum und führen die Dame in die Kalisier. Eins, zwei, tap, lassen los und schieben sie raus. Mal im Zusammenhang, wir tanzen beim Grundschritt, eins, zwei, tap, wir drehen mal. Irgendwann schiebe ich die Dame in die offene Position, tanze einen Bauchstreichler, rechts erwischen, Dame davor nehmen, rechts umdrehen lassen, in die Kalisier führen und rausführen in den Grundschritt, eins, zwei, tap oder baba. Nochmal langsam, Bauchstreichler, rechts, erst mal die Dame links davor, unten zupacken, sie rechts drehen und dann nochmal an eine Seite holen, sofort loslassen und dann raus springen lassen. Haken dran, tschau tschau. Setz kurz ab, nicht durchlaufen lassen, setz kurz ab.